Musik So, es geht weiter in The Hospital, und go! Wie bei The Forest, natürlich erstmal die Lichtwelt, und natürlich alles wieder Great A Plus versuchen, zack, und natürlich versuchen alle Bandage zu kriegen. Gut, das hätten wir auch Great A Plus schon geschafft, und hier fällen wir gleich rum. Gut. Ah, da ist ein Bandage. Näh. Ja, ich hab immer den kurzen Weg genommen, deswegen wusste ich gar nicht mehr, dass dann Bandage ist. Weil ich das ja nur einmal eingesammelt hab. Als ich das schon mal gespielt hab. Ah! Zweiter Level und ich fäll gleich rum. Yay. Äh, komm ich da noch ran? Ja, perfekt. Natürlich kein Great A Plus. Nein! Nochmal zurück! Ähm. Gut, muss ich das dann nochmal machen. Ah, das war nervig auf. Ähm. Oh! So schnell wie möglich. Wollte ich sagen. Mit dem Wind nach oben, mit dem Wind nach oben und... Great A Plus. Wo war denn hier das Bandage? Ich weiß, dass hier eins war. Bin mir ziemlich sicher. Ah, da. Und... Rüber da. Nein, nach unten. Mann! Weil so schaff ich das niemals darüber, oder? Ja, war klar. Ist ja auch zu weit. Ich brauche ein bisschen Auftrieb. Anders geht das nicht. Nein. Nein! Ah, doofes Bandage. Ey. Das kann doch nicht sein. Ah! Mir ist mich gestorben? Was? Wann bin ich denn grad gestochen? Ich wüsste echt nicht was. Nein! Ich will das Bandage. Gib mir das Bandage. Gib mir das Bandage. No. Aha. So. Geht doch. Ähm. Komme ich da ran vorbei? Ähm. Sieht wohl schlecht aus. Ach, Mann. Jetzt, wo ich grad das Bandage hatte. Ah. Kann ich am rumfailen hier. Das kann es doch nicht sein. So schwer ist das doch nicht. Ja, ich verstehe nicht, wo ich da ran sterbe. Ich berühre den Venti doch da gar nicht. Ich berühre ihn doch nicht. Ach, Leute. Das ist ein Witz. Nein, nein, nein. Ich möchte erst noch das Bandage. Ja, genau. Meat Boy. Fall in den Tod. Obwohl du dich grad noch gerettet hattest. Ja. Ach. Das kann es doch nicht sein. So. Zack, zack. Rüber da. Da landen. Und rüber da. So. Mann, ist doch nicht so schwer. Ja. So, jetzt nochmal auf Grade A+. So wird das aber nichts. Ach so, doch. Muss man ja nur die Kurve hier. Und ich muss ja noch weiter. Hui. Geschafft. Da durch. Da rüber. Da rüber. Da rüber, sag dich. Zack. Und. Nach oben. Weitere. Yay. Ich freue mich, wann die erste Warp Zone kommt. Ähm. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Hm. So. Ist das noch grade A+. Ne. Ah, hier war die erste Warp Zone. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher sogar. So. Aber nicht, wenn man stirbt. Aber wo genau, das weiß ich jetzt auch grad nicht. Da hinten. Wenn ihr sie grad im rechten. Bildschirmwand noch gesehen habt. Überhaupt. So. Und. Woopsohn. 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 Hm. Woopsohn. Wow, wow. Entschuldigung! Meine Entschuldigung! Ja. Und Meatball darf sie anscheinend nicht retten. Ich hasse diesen Charakter. Boah, zum Glück hat man mit dem endlos leben. Ah. Es gibt echt bessere Charaktere als den. Oder die. Wie auch immer. Und, zack, und ist noch eins. Kann man hier am Rand durch? Nein. Dann war es ja trotzdem nicht so schwer. Wenn man nicht rumfällt. Lol. Hä, das ist eigentlich nicht so schwer, wenn ich fäll' hier rum. Geht doch. Ja, lol. Ist nicht euer Ernst. Nein. Ah. So. Geht doch. Ja, lol. Das gibt's doch nicht. Hm. So. Zack, zack, zack. Und. Ha, 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 ha. Ja. Das ist nichts. Jetzt. Es macht probable aus, es macht mal aus, wir brauchen ein frede plass ach so ja da gab es ja noch eine ebene und da war ich dran vorbei und da war ich zu schnell ich habe das doch so geschafft oder nicht machen wir es eben so ich bin mir ziemlich sicher dass ich das so geschafft haben oder so in der art zumindest wenn ich nicht um fehler ja noch mehr lol mann es ist doch nicht wahr roi ich freue mich selbst bei durch jahre kann ich ohne gefrustet der videos und selbst für mich rumfrühen so wie ich will aber das will ich euch nicht antun zurück zur karte ist kein weil dann würde ich tausend mal das level versuchen bis ich so schnell wie möglich wegen erschieven aber das will ich euch natürlich nicht antun das würde letztlich würde dann fünf jahre dauern so ungefähr darauf oh lol nein wenn wir schon fünf jahres lp sehen leid ich kenne doch nicht mal die letzten welten ich weiß dass hölle kommt und was danach kommt keine ahnung so na verdammt ah mann schon wieder zu tief geschwungen ja jetzt hab ich den getroffen jetzt fähig rum nicht gut genug auch zu tief oh das war mitten in die kreissäge mann es ist so möglich das weiß ich ich habe das so geschafft schon es ist die schnellste möglichkeit wenn man schafft wenn wenn das wörtchen wenn ich wäre während manche nicht mehr so nein dufe kreissäge wenn ich richtig gut treffe dann dann komme ich immer in die kreissäge ich wollte gerade weiterspringen und da bin ich nur reingerutscht so nein dann nehmen wir mal die eine andere methode wenn die überhaupt klappen sollte nein ich weiß dass das möglich ist dann warten wir einfach bis der typ so ein bisschen weiter runter ist ich stehe ihn auf die nerven so ach da ist ein bandage ich möchte das bandage ich möchte das bandage gib mir das bandage ich sagte gib mir das bandage holen wir uns erstmal den schlüssel ja fail so hoch da schlüssel runter da rüber da ich dachte ich könnte das bandage da mitnehmen auf dem weg no das ist echt nicht wahr ja jetzt habe ich zu viel schwung ja man das ist doch echt nicht wahr geht doch so jetzt ganz lang runter schlüssel holen hier runter und da hoch und nochmal wegen grade 8 plus und hoch da und rein und geschafft 2 11 erst man wirklich schlecht die methode rüber da rüber da ouch hey ich weiß dass das so geht geschafft unter der mitte war eine warp zone oder was ist das in der mitte da was ist da ich kann es aber nicht beurteilen da geht nichts weg und hier ist auch nichts schlüsselmässiges oder so hm keine ahnung egal ach da war ein bandage oh schlüssel ich brauche den schlüssel ich brauche den schlüssel geh weg rüber da bandage holen und nach oben oh man und rüber geh weg so und nochmal für grade 8 plus weil da brauchen wir ja keinen umweg machen so geschafft ähm oh nö das level ist doof das ist wirklich doof also das mochte ich noch nie aber ich schaffe auf Anhieb wow unglaublich ich meine hier gab es eine warp zone wenn ich mich nicht irre und zwar genau da ich finde die bilder immer noch cool die sie extra nur für die warp zones gemacht haben ach äh ach da ist ein schlüssel okay ahn dann ist das natürlich viel einfacher wir machen das nämlich so zack holen einfach das bandage jetzt und kleidern wir nach oben das ist easy geschafft so nächste level war scheiße ähm ähm ja es war scheiße ja lol nein oh an bandage girl vorbeigehüpft ich glaub's nicht und game over in your ass ja komm bla ah ah so ist das zweite level gut ich weiß noch nicht mal was das dritte level ist also von daher ich weiß es einfach nicht mehr so 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 und geschafft diesmal und was ist das dritte sieht doch nicht schwer aus aber das bandage ist wieder an so einem doofen ort nein ich hasse es wenn man zum bandage so komisch hinspringen muss und wieder zurück ich warte jetzt bis das vier ich warte jetzt bis das vier ich warte bis das vier und bämm tot war ich ich warte bis das vier und bämm tot war ich ich bin doch viel zu schnell okay dass die vier nicht mal oben sind so das sollte ich ja jetzt auch schaffe sollte sollte ist aber nicht so dann eben die variante ich glaube nach dem bandage war es so richtig einfach dafür muss man es erstmal haben ja es war relativ einfach nach dem bandage und geschafft tut mir leid mit bei aber wenn ich größer und so im grunde muss man eigentlich immer nur 17 level schaffen damit man den boss freischaltet also eigentlich total simpel hier ging der laser an da war auch noch ein laser stimmt und springen wir einfach mal hier dran vorbei und feilen rum am ende zack zack los laser gehen an geschafft schnell 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 und schnell 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 und geschafft so das bandage wo war der eingang dazu hm ich meine der war irgendwo da da zack und ich fehle da drin ich glaube es nicht ich glaube es nicht hm ich glaube hier war grade a plus auch ein bisschen doof aber mal sehen da und zack ähm auch da und meatball so ist nochmal grade a plus und schnell und schnell sein ja grade a plus war hier in dem level doof weil ich hab's grad nicht bekommen mhm hm 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 schon wieder nicht ne das ist doch das ist nicht wahr. Zack. Ich hoffe aber jetzt. So, geht doch. Zack. Hoch da. Holen. Zack. Und runterfallen. Ähm. Aber auch noch richtig fallen. Zack. Runter da. Und. Eigentlich wollte ich... So. Okay. Ist auch noch gewählt A+. Okay. Dann ist das ja nicht weiter schlimm. Ähm. Wie kam ich an das Bandage da? Ist das letzte Level. Das sehe ich gerade schon. Ähm. Da. Ach so. Das war ja einfach. Das war einfach und ich sterbe an dem Vieh. Woi. Das kann es doch nicht sein. Ähm. Ich hasse diesen Weg. Das ist die Schnellvariante, aber der Weg da lang ist trotzdem nicht gerade schön. So. Du blödes Mistvieh. Geh weg. Danke. Und wieder raus da. Äh. Raus. So. Zack. Hoch da. Und. Nochmal auf Great A+. Und dann hätten wir es auch geschafft. Und dafür brauche ich glaube ich nicht mal den Dings. Ja. Sag ich doch. Wenn ich nicht gerade rumfäle. Ah. Mann. Zack. Zack. Und. Jump. Und. Oh. Kann ich das noch schaffen? Äh. Nicht wenn ich sterbe. Dann natürlich nicht. Das muss man einberechnen. Und. Zack. Hoch da. Hoch. Hoch. Auf. Und. Fail. Ich war am Ziel und war kackt noch. Äh. Was ist denn das auf einmal? Ey. Meat Boy. Willst du mich jetzt verarschen? Dann sag's gleich. Zack. Zack. Hoch. Hoch. Laufen. Dann nehmen wir eben den Weg. Ey. Das ist doch echt nicht mehr wahr, ey. Ich will das jetzt hier schaffen. Oh. Hoch. Und. Laufen. Und. Failen. Und. Und hoffen, dass wir es noch schaffen können. Und. Natürlich nicht. Hä? Das ist doch. Nicht möglich. Laufen. Failen. Aus dem Bild springen. Hm. So. Laufen. Failen. Schnell sein. Sterben. Mann. Ich will das jetzt schaffen. Es ist doch. Boah. Uuuh. Zack. 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 Jump. Jump. Nehmen wir den leichten Weg jetzt. Hoch da. Danke Meat Boy. Hoch. Hoch. Zack. Fate 8+. Ja. Geschafft bei allen. Und damit bis zum nächsten Mal, wo es in die Dunkelwelt geht und den Boss. Und bis dahin. Ich bin meinem Cain. Diana Jones.